hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben logischerweise wieder mal die adventszeit zu verzeichnen im kalender es ist donnerstag der 30 november 2023 ich stelle euch jetzt meine adventskalender für dieses jahr vor da haben wir hier weil ich so viele geholt habe habe ich mir ein zettel geschrieben netto aber den aus dem kaufland aber den dann weiß ich nicht ob ich den im aldi geholt hat oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher weil ich so viele geholt habe der nächste ist jedenfalls definitiv aus dem aldi dann haben wir hier was alkoholisches der hinweis das ist das geschenk meiner mutter vielen dank noch mal mama und schließlich hier der soll auch aus dem aldi sein vom klaus danke klaus und damit sage ich mal bitte leicht das video lassen aber da wir sehen uns morgen